Ich glaub der Chor ist jetzt sogar. Ernsthaft? Ja. Hm. Alter, das ist die pure Vernichtung. Aber auch die pure Gönnung. Die pure Gönnung. Was denn? Manchmal darf... Darf ich mich auch manchmal freuen, wenn ich hier so einen halben Turm komplett alleine eingenommen habe? Er ist gegangen, er ist aber aus dem Spiel draußen. Vielleicht sein Internet weg? Nein, das ist so dumm. Habts schon gesagt. Ja, ich würd sagen, das sieht ziemlich eindeutig aus. Dr. Zeli mal wieder bei Haus... Nein. Roll ihn platt. Oh Gott, Alter. Alter, das ist auch schon lächerlich. Das ist echt lachhaft. Nein. Was? 2 2 4 4 5 4 5 6 7 Nicht, dass er jetzt einen Guter genommen hat und ihn vernichtet hat. Du, den hat der Schlange gezündet. Also nicht. Also ihm ist alles. Ernsthaft? Ja, er wollte nicht funktionieren, hat der Deo genommen, Feuerzeugen hat dann geschmort. Alter. Und wenn jetzt der Router geschält hat, dann ist der Biest. Ich mein, man hat ja was klatschen gehört, ne? Ja. Aber meinst du, so weit würde der gehen? Der Typ hat seine Switch gerade eben noch weggescheuert. Ja, gut, okay. Hey, du bist im Gegner-Team. So weit überraschend. Mit der Lokomotive. Lulu hab ich nur mitgenommen. Das ist schon mal gut. Ich liebe dich. Ach, fuck. Dieser verdammte Faggot steht auch nur die ganze Zeit da oben dumm rum, ne? Die Fahrt sind da oben. Als ob der sofort runterkommt und losschießen kann mit der Gatling Gun. Das ist doch ein Cheater. Der kann in der Luft, der kann in der Luft aufladen. Als ob. Das konnte ich, das konnte ich nicht. Das geht sogar in Singleplayer-Mode. Woher wollen wir? Du verdammter Ficker, Alter. Ich hab dich noch hier sehen. Ich denke so, jetzt meine Teammates erkannt. Gut, dass ich nochmal umgekehrt bin. Das hätte nicht schön für uns gehen, ne? Alles gut, ey. Alles gut, Leute. Als ob, Junge. Der kann mich, der hätte mich gar nicht treffen können. Alter, komm. Der fickt euch. Jetzt mal ernsthaft. Der hätte mich gar nicht treffen können. Aber okay. Als ob der trifft, weißt du. Ja! Im Leben nicht! Immerhin hab ich dich noch gekriegt, ey. Äh, no? Verdammter Ficker, Alter. Guck dir mal den Scheißhaufen bei euch an. Ja, wenn du nur mit B-Hindies spielst, sorry, aber... Alle in deinem Kiez verfluchen mich. Steh in deinem Hof singen schiefes, süßes Haustod. Alter, ist doch krank. Ja, was soll das denn? Aus dem Platz, an der Bar oder Haus und Rund. Du bist schön, ich geh der Sache auf den Grund. Und dein Bauch wird drohend. Wenn du geh mit mir raus, heißt Licht. Ich glaube an Gott, denn er baute dich aus. Rechne dich mit dem Garten. Diese Brau, dieser Arsch, dieser Tat, dieses Leben. Machen Bling, Bling und alles ist vergessen. Deine Auge, machen Bling, Bling und alles ist vergessen. Rage Mode! Die Kira stockt man wieder für ordentlich, Mucke. Ich merk schon. Was machst du? Rollo runter? Alter, wieso kommen da nur Low-Bobs rein? Was soll das denn? Zähl dir das mal rein. Da kommen nur Bobs rein. Kann auch nicht sein. Kommen alle wegen dir? Alter, ein Einser. Dass es heutzutage noch Einser gibt. Yo, Chor ruft an. Moment. Yo. Sad life. Ja, ja, ja. Aber meine Frage ist so am Rande. What the hell? Ähm, meine Frage am Rande. Wie findet ihr das ganze Konzept so? Auch wenn Leute folgen, dass hinten in der Ecke die ganzen Squids angezeigt werden oder bei Donation oder beim Host, dass dann die Squids abgehen? Was denn? Ich hatte recht. Er hat seine Rute gekillt. Nein. Er hat dagegen getreten. Er hat ihn aus der Wand rausgelatscht. Jetzt müsst ihr ihn erstmal aufschrauben und gucken, ob er wieder geht. Nein, Alter. Echt? Er hat ihn noch nie gelebt. Ohohohohohohohoho. Feels bad, man. Holy shit. Ja, in diesem Stream ist jetzt auf jeden Fall, da können wir nicht mal unterschreiben, es sind keine Modems mehr zu, es sind keine Modems zu Schaden gekommen, das ist, das wäre gelogen. Ja, das können wir jetzt nicht mehr hinschreiben. Oh, Glückwunsch. Er kann es leider nicht sehen, weil ja, sein Router ist... Doch, er kann es sehen, er hat ja mobiles Internet. Nein, er ist sogar hier ausgelogt, Alter. Ich hab doch gesagt, er hat seinen Router zerstört. Er hat mich gerade angerufen, nicht auf WhatsApp, er hat mich richtig am Handy angerufen. Alter. Prozent und hat bescheidigt hat die Euro unter ist kaputt nein und das kann nicht sein dass sie wegen einer Person die ganze Scheiße gescheitert ja gerade noch drei gefehlt dann haben zwei gefehlt und jetzt fehlt eine da komme ich nicht darauf klar ne wir fliegen gleich raus da wird auch nichts mehr kommen gut da kann ich jetzt noch was zu trinken holen ja ich weiß nicht weswegen ja youtube.be nimmt er glaube ich nicht ja vielleicht kommen jetzt mal vernünftige Leute Cedric schnell ach mensch ja naja mal nicht mit und gegen groß alter verpiss dich doch und lass mich einfärben du Missgestalt verpiss dich doch alter verpiss dich doch kannst du draufhauen ne aber wie kann man sein Router so zerbatschen alter ja 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 r ja ja Als ob ich die nicht nur mitgenommen hab. Kor schafft sowas immer. Ja gut, kann halt möglich sein, aber... Warum? Warum tut man sowas? Das ist die Frage. So. Yo. Dann kannst du jetzt so weiter...